ein paar stunden später Donnerten zwei Focke Wohlfäge über unsere Stellung hinweg, die sollten sicherlich Aufklärung betreiben und die Punkte abfliegen die wir durchgegeben haben. Nach einer Stunde ungefähr kamen sie schon zurück und wir hofften, dass sie tatsächlich etwas gefunden hätten. Später kam dann die Bestätigung, Artillerie wurde gesichtet aber keine Panzer. Aber leider zu viel Flugabwehr an den Stellungen und unsere schwere Artillerie können wir nicht so nah heranbringen. Gegen frühen Abend kamen dann vier Schützenpanzerwagen, die jeweils 21cm Raketenwerfer im Schlepp hatten. Also dann, der Freund des Lanzers war eingetroffen und wir schauten uns die Dinge an. Gesehen hatte ich die schon öfter aber im Einsatz noch nicht. Der Leutnant der Truppe hatte Anweisung auf ca. 6km an die A-Richtstellung heranzufahren, alle Rohre abfeuern und dann ankuppeln und ab dafür. Aufgrund des Abschussqualmes wusste man immer gleich wo die Brüder waren. Deswegen schossen die meistens auch nur eine Salve und hauten dann ab um dem Echo zu entgehen. Wir sollten einen Zug Grenadiere und zwei Panther mitschicken. Da wir ja Verfügungsmasse waren, machten wir uns klar zum Abmarsch. Knapp 10km sollte es durch ein Gebiet das ähnlich dem Voralpengelände war gehen. Nichts was man nicht schaffen könnte aber trotzdem ein Gebiet wo man leicht in die Falle tappen konnte. Es ging dann auch schon bald los. Als wir anrollten sah ich noch ein paar Soldaten aus dem Wald kommen. Die hatten wohl einen großen Hirsch in einer Schonung gefunden. Ich rief rüber, dass wir auch gerne noch was vom Eintopf hätten. Es kam aber nur die Aufforderung, dass wir erstmal heil zurückkommen sollten. Dann wird wohl noch was da sein. Die Motoren liefen und der erste SPW mit den Grenadieren rollte los. Dann einen Panther, die vier Werfer und wir am Schluss. Rudolf gefiel das alles nicht. Sollten noch die Bomber den Haufen zu Klub schmeißen. Wenn die uns erwischen kommen wir dann nie wieder raus. Ich meinte nur er soll nicht so viel nachdenken. Der große Kampfverband ist heute Abend hier und dann sind wir raus aus der ganzen Suppe. Ich wurde aber auch nachdenklich. Wenn Rudolf so ein Bauchgefühl hatte dann wurde es in der Regel auch schmutzig. Wir kamen gut voran. Nach kurzer Zeit hatten wir zu unseren Vorposten aufgeschlossen und hielten an der Sicherungslinie an. Auch hier hatte die Russen Ari schwer gewütet aber wenig Schaden angerichtet. Mit Ausnahme des Volltreffers auf die MG Stellung. Der führende SPW sprach sich mit den Lanzern ab und gab Zeichen dass wir uns hart nördlich weiter bewegen sollten. Laut Aufklärung der Soldaten hier vorne haben wir die nächsten Kilometer keinen Feindkontakt zu erwarten. Na das wollen wir doch mal hoffen. Denn laut meinen Berechnungen müssen wir mindestens 15 Kilometer weit vorstoßen um in Reichweite der feindlichen Stellung zu gelangen. Der Wald wurde etwas schlichter und wir konnten zwar langsam aber stetig vorrücken. Alle 20 Minuten wurde gehalten und die Umgebung wurde sondiert. Mir wäre wohler wenn wir ein paar Aufklärer dabei gehabt hätten um den Vorausbereich zu überprüfen. Aber gut. Rudolf meinte dann über den Bordfunk, dass hier doch bestimmt die Russen irgendwo auch eine Sicherungskette haben müssen. So blöd werden die wohl nicht sein. Nach meiner Karte noch 10 Kilometer bis zur geplanten Feuerstellung für die Werfer. Dann stotterte unser Motor und wir gaben durch das wir anhalten mussten. Unser Fahrer brachte den Panther etwas abseits vom Weg zum Stehen obwohl wir als letztes Fahrzeug niemanden mehr vorbeilassen mussten. Die Männer kletterten gleich zusammen auf das Heck um die Motorabdeckung zu öffnen. Der Konvoi hatte gehalten und ich ging zum Führungsfahrzeug der Werfertruppe und erklärte kurz was vorgefallen war. Der Leutner der Nebeltruppe meinte, dass er 20 Minuten warten würde, dann müssten sie aber weiter nach vorne verlegen um vor Einbruch der Dämmerung noch eine Salve verschießen zu können. Er erklärte noch, dass tagsüber wegen des Abschussqualms es schon schwer wäre sich zu verstecken nach dem Feuerschlag. Aber ein nächtlicher Werferüberfall bei der Masse an roten Schlachtfliegern wäre eine Einladung an die Burschen uns gleich in der Feuerstellung zur Sau zu machen. Ich konnte es verstehen. Rudolf war mit bei der Besatzung eingespannt und es schien als ob der Vergaser Probleme machen würde. Ausbau und Reinigung kriegen wir hin meinte der Fahrer, aber das dauert mindestens 2 Stunden. Gut dann soll es so sein. Ich schickte Rudolf vor um Bescheid zu geben, die Kolonne rollte weiter. Schöner Mist mal wieder aber was sollten wir machen. Es wurden dann doch 3 Stunden als wir fertig waren und kurz vor der Dämmerung hörten wir dann die Raketenwerfer und sahen auch die Spuren der Flugbahn im Himmel. Dann war es wieder still. Ich stellte mir im Geiste vor, wie die schnell den Kram zusammenpackten und sich absetzen wollten. Ich war hin und her gerissen. Die Strecke jetzt noch hinterher fahren oder hier warten und den Rückweg offen halten. Bis jetzt war hier noch nichts weiter passiert, aber sicherlich waren die Russen nun alarmiert. Der Motor war wieder in Ordnung und lief einwandfrei. Wir waren wieder aufgesessen und warteten auf die Truppe. Nach 20 Minuten wollte ich den Motor wieder abstellen lassen, aber vorher wollten wir uns noch in die Abmarschposition bringen. Ich stand oben im Turm und wies den Fahrer ein, damit er sich nicht noch irgendwo festfahren konnte. Wir hatten gerade den Panzer um 90 Grad gedreht, der Motor rührte sehr laut und ich nahm das Knallen von Stahl auf Stahl wahr und sehr schnell hatte ich den Kopf im Turmlug, denn das konnte alles nur eines bedeuten, Beschuss durch MG oder Gewehr auf unser Fahrzeug. Ich schaute angestrengt durch die Spiegel. Dann hatte ich die Bestätigung und rief Feuerüberfall. Aus dem leicht bewaldeten Teil konnte man mehrmals Mündungsblitze wahrnehmen. Rudolf drehte schon in die Richtung und ich gab dem Fahrer den Befehl nicht weiter zu drehen, sondern den Panzer halbschräg mit der Front zum Gegner stehen zu lassen. Kurz darauf rief Rudolf nur Hab sie, ich gab Feuererlaubnis. Das Bug MG schickte seine stehlenden Grüße in kurzen Feuerstößen zum Gegner und eine Sprenggranate verließ das Rohr. Der ganze Panzer ruckte unter dem Abschuss und die 7,5 cm Granate fraß sich durch den Bewuchs und schlug 200 Meter entfernt in eine Baumgruppe ein. Weitere Feuerstöße auf die Buschreihe folgten und eine weitere Granate schmetterte in die Feinstellung. Feuer heilt gab ich durch und späte weiter auf die Bedrohung. Da sah man ein paar braune Gestalten aufspringen und weghasten. Lange können wir hier nicht bleiben, die holen sicherlich Verstärkung meinte Rudolf. Funken wollten wir nicht, man weiß ja nie ob man doch eingepeilt wird. Wir blieben vor es zu stehen, der Motor wurde abgestellt und wir lauschten in den Wald hinein. Schmerzensschrei war zu hören, sicherlich lagen dort irgendwo ein paar Rotarmisten mit zerschossenen Gliedern und starben. Da können und wollen wir jetzt nichts weiter machen, wir sind hier im Panzer erstmal sicher. Dann war wieder Gefechtslärm zu hören und das Brummen von Schlachtfliegern. Der Lärm schwoll immer mehr an und man sah dann in ein paar Kilometer Entfernung Rauchwolken aufsteigen. Ich versuchte mit dem Fernglas etwas zu erkennen, aber die Bäume standen zu dicht um irgendwas genau ausmachen zu können. Nach weiteren 30 Minuten, es wurde immer dunkler, hörten wir einen Brummen das uns vertraut vorkam. Auf dem Waldweg schob sich ein deutscher SPW abgeblendet langsam den Weg zu uns herauf, da wir doch etwas höher standen als der Rest des Anmarschweges war. Ich nahm meine Taschenlampe mit der roten Abdeckung auf den Turm und gab Zeichen, dass wir hier im Halbdunkel stehen würden. Scheinbar war dahinter noch ein zweiter, der klang aber als ob der Motor im Eimer wäre. Wir schnappten uns 2 MP, Rudolf und der Ladeschütze stiegen aus und ich kletterte runter und wir gingen dem SPW entgegen. Der schien schwer beladen und sah auch ziemlich mitgenommen aus. Ein Unteroffizier stieg aus dem Führer aus, dreckig und auch blutgeschmiert kam er rüber und ich konnte mir schon denken was passiert war. Trotzdem ließ ich ihm kurz Zeit sich zu sammeln und dann erzählte er. Herr Oberleutnant folgendes ist passiert. Wir kamen an die Stelle von der wir in Feuerstellung gehen sollten. Schnell war alles in Position, die Werfer eingestellt und wir waren klar zum feuern. Die Schützenpanzerwagen wurden etwas abseits abgestellt und so angeordnet, dass man die Werfer schnell anhängen konnte um einen Alarmstart hinzulegen, wenn denn notwendig. Die Grenadiere hatten sich verteilt und einen Halbkreis von 300 Metern um die Stellung herum als Sicherungslinie aufgebaut. Der zweite Panther ging weiter nach Nordosten, denn dort war Panzergelände und wenn da was kommen würde, dann wären die direkt vor Ort. Der Feuerschlag wurde eingeleitet und die dicken Dinger jauten los um auf maximal Reichweite den Gegner zu vernichten. Wir sahen noch die einen Schläge in einiger Entfernung und dann wurde schnell alles wieder in Position gebracht um die Werfer schnellstmöglich anzuhängen. Dann brach das Inferno los. Scheinbar war halb links von uns eine Packstellung die wir nicht erkannt haben oder die uns nicht gesehen hatten. Die brachten sicherlich bei unserem Feuerzauber ihre Geschütze in die richtige Stellung und mit einem Schlag hauten vier Packgranaten in unsere Feuerstellung ein. Der Panther hatte wohl einen Treffer abbekommen und schoss nicht zurück. Zwei SPW waren in Flammen aufgegangen und die Infanterie rannte aus dem Sicherungskreis zurück. Schon wurde der nächste Schützenpanzerwagen getroffen und viele Männer fielen wie die Fliegen. Der Kommandant vom Panther wollte dann wohl den Rückzug sichern und nachdem der Panzer wieder feuerbereit war schickte er seine Granaten auf die erkannten Ziele und verschärfte uns etwas Luft. Und dann kamen die Schlachtflieger und feuerten zwischen die brennenden Fahrzeuge. Zwei Wagen waren noch fahrtüchtig, alle Verwundeten wurden eingeladen und wir sahen zu dass wir aus dem Inferno herauskamen. Der Panther blieb mit drei Grenadieren vor Ort, die Toten mussten wir auch liegen lassen und dann versuchten wir so schnell wie möglich wegzukommen. Nun haben wir hier 15 Verwundete in den beiden Wagen und noch 8 Mann unverletzt. Damit endeten seine Ausführungen. Was für ein Blutzoll, dachte ich bei mir. Was war mit dem Panther, war der noch in der Lage zu fahren oder konnte der nur noch schießen? Er wusste es nicht. Ich würde am liebsten hinfahren und die Männer rausholen, aber wir haben jetzt Wichtigeres, die angeschlagene Kolonne nach Hause zu bringen und zu schützen. Mit uns zusammen waren es 28 Mann, vorne an der Front waren es nur 8. Meine Entscheidung war gefallen, wir mussten erstmal zurück. Der zweite SPW mit dem Schadmotor war mittlerweile in den letzten Zügen. Ich wies Rudolf an, dass wir ihn anhängen würden, er sollte alles bereit machen. Nach 30 Minuten waren wir startklar, ein SPW vorweg und dann wir im Schlepp mit dem anderen Schützenpanzerwagen und den Verwundeten. Wir versuchten noch in der Dunkelheit zu horchen, aber weder vertraute Panzermotoren noch andere Dinge waren in der Dunkelheit zu hören. Also machten wir uns auf den Weg. Wir tasteten uns durch die Nacht und kamen nur sehr langsam voran. Es war schon 3 Uhr, als wir endlich unsere Sicherungslinien erreichten und die Vorposten uns ansprachen. Eine weitere Stunde später waren wir mit dem traurigen Zug aus Verwundeten wieder im Bereitstellungsraum angekommen. Schnell waren viele helfende Hände da und holten die Verwundeten Kameraden aus den Fahrzeugen. Wir fuhren etwas abseits den Panzer in Deckung und ich sagte den Männern, wir sollten gleich wieder Munition auffüllen und den Panzer tanken. Wer weiß denn schon was morgen früh wieder los ist. Der Kompaniechef war auch vor Ort und ich erklärte ihm nochmal genau das was mir der Unteroffizier gemeldet hatte. Er war nicht begeistert, so viele Opfer um eine Artillerie Stellung auszuschalten. Mit zwei Bombern oder Schlachtfliegern wäre das sicher einfacher gewesen. Aber der Auftrag sah vor den Raum hier für die anrückenden Angriffskräfte zu sichern. Mit dem Flaggschutz konnten wir die Flieger abwehren, aber die Ari macht uns immer Probleme. Aber ich denke das hatte sich jetzt auch erledigt. Später am Tage kam noch Meldung, dass die Flieger die Stellung der Russen aus der Luft nochmal aufklären sollten und tatsächlich hatten die Werfer alles zu Klump geschmissen. Also doch erfolgreich. Aber die Russen können auch solche Geschütze und Soldaten schnell ersetzen. Wir waren erstmal raus aus der Befehlskette und hatten den ganzen Tag um uns von den Strapazen zu erholen. Von den Kameraden die wir vorne hatten zurücklassen müssen hörten wir vorerst nichts. Aber wir hatten die vage Hoffnung, dass die sich irgendwie durchschlagen würden. Mittlerweile rückten immer mehr Kampfwagen und gepanzerte Truppenteile in die verschiedene Frontabschnitte ein und es war auf der anderen Seite tatsächlich sehr ruhig. Ich saß zusammen mit Rudolf und wir beratschlagten was wohl als nächstes kommen würde. Immer mehr Truppen versammelte sich und es müsste sicherlich bald losgehen. Allen war klar, dass dieser große Angriff nun die Entscheidung bringen musste. Dann bekamen wir unsere Einsatzbefehle und die ganze Kompanie ging zur Flankensicherung in den Süden von Budapest. Die ganze 3. Panzerdivision wurde den Einsatz geworfen und wir waren mittendrin. Der Januar ist nun schon zur Hälfte vorbei als wir vorstoßen und noch einmal die glorreiche Artillerie einen wahren Feuerschlag aus allen Rohren auf die Linien der Rotarmisten loslässt. Das sollte uns doch ein wenig Raum schaffen. Die Kampfgruppen kommen auch gut voran und durchstoßen mit Leichtigkeit die ersten zerschossenen Sicherungslinien. Dann fahren die ersten Fahrzeuge auf Minensperren die nicht erkannt worden waren. Pioniere müssen vorgeschickt werden und legen Minengassen an. Wir sichern die Männer und schützen diese vor größeren Überraschungen. An diesem Tag ist der Russe noch sehr verhalten und ich bin auch guten Mutes, dass wir hier zu einer Entscheidung kommen können. Rudolf sieht das wieder anders. Er meint der Russe lässt uns voll in eine Falle laufen und hat sich weit hinter der Front eingegraben. Wir werden uns dort tot laufen, das ist seine Meinung. Ja, kann sein, aber wir haben hier in dem Bereich über 100 Panzer massiert und ich glaube nicht, dass der Ivan, so gut er auch mit seinen Paks in lauer Stellung umgehen kann, uns hier wirklich aufhalten wird. Nun gut, wir sind wachsam und hoffen auf den Erfolg des Unternehmens. Und dann geht der Zauber auch schon los und die ersten Granaten aus gut getarnten Stellung der Russen schlagen gegen unseren Panzerkeil. Der Panzer links von uns wird getroffen und bleibt qualm fliegen. Wir drehen weiter nach rechts weg um nicht in den Feuerbereich zu geraten, der Richtschütze dort drüben muss schon etwas mehr nachrichten und damit haben wir wieder einen Vorteil. Der wilde Tanz beginnt und Rudolf ruft Russenpark 2 Uhr, ich rufe nur Feuererlaubnis und der ganze Panzer steht Sekunden später im Schießhalt und ist klar zum Feuern. Entwei 3 4 5 5 6 7 9 Untertitelung des ZDF, 2020